Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan. Wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelingt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt kommt schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Kapitel 6. Einmal ein Dieb. Immer ein Dieb. Zumindest würde es dieses Sprichwort ergänzen. Okay. Wow. Die Aussicht. Einfach atemberaubend. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich glaube es nicht, dass ich draußen bin. Ich glaube es nicht, dass ich hier bin. Mit dir. In Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, na ja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh. Äh. Du bist also nicht zum ersten Mal hier. Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sally dann. Ähm, ja. Okay. Sam magt Sally wohl nicht. Was wohl da vorgefallen ist zwischen den beiden? Hm. Hm, da war doch was eben. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil ran komme? Pass auf. Ich pass auf. Okay. Dann wollen wir mal. Genau, ziehen und ab. Äh? Daneben. Also, auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Nochmal. Jetzt aber richtig zielen. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Geht doch. Wo jetzt hin? Ach so, da die Feldwand. Okay, wir müssen uns da runter. Auf geht's. So, vorsichtig. Und jetzt in die anderen. Richtung schwingen. Und... Nein, das war zu wenig Schwung. Und jetzt... Uiuiui. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Jo. Und jetzt du? Fall the auction. Mein Sprung war besser. Äh, ich komme nicht runter. Ach so, ich muss hier hin. Ich hab ja, ich könnte die Reibe runterhangeln lassen. Das ist er vor. So eine Gemeinheit. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut. Niemand mag Angeber. Genau. Okay, na los Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Boah. Schön sachte Nation. Da, was das sei. Und... 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 Schwung und... Das war... Da war der Schwung wohl nicht genug. Wo sind wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Okay. Auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut. Niemand mag Angeber. Okay. Na los Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Jetzt mehr Schwung. Das war schon besser. Sam geben wir aus dem Weg. Sonst komme ich da nicht hin. Das geht nicht weg. Oh Gott. Hoffentlich geht das gut. Uiuiui. Was? Was? Per motu dire. Respire attraverso un tubo. E forse non potra più camminare. Ah. Bene lista. Hey esco messo su la partita. Inghilterra di Tseng. Inghilterra. Traditore. Hey non confondere lo gordio nacionale con la realtà. Okay. Wir können. Hm. Was ist das hier? Oh man. Hast du den gesehen? Dieser Schlägertyp war echt krass bewaffnet. sind das zitronen ja tatsächlich zitronenbaum können wir welche mitnehmen leider nicht schade jetzt in eine schön saftige zitrone beißen da passiert ein ja die mundwinkel haben wir ja die kleinen dinge vermisst man am meisten ja beispiel der duft von zitronenbäumen motorrad fahren kleine dinge aber zusammen wenn du das sagst hier haben wir unser fluchtfahrzeug schon mal schön zu wissen merkt ihr also wo wir gepackt haben sein wird wir sind fast da da muss kein hammer nehmen und einen da über den schädel ziehen falls er uns entdeckt anscheinend wohl nicht schade warte auf mir ok wollen wir es hoffen das war die falsche taste so bis das war uns so ok schön für schwung holen noch und ab ok runter ok na sam behalte ich die ersten zeit das land ist schmerzhafter als ich in erinnerung hatte ich bin ja wem sagst du das ich bin immerhin oben gelandet und äh bei einer anderen fantastischen funde die ich verpasst habe hast du wenigstens fotos schön wärs elena hat ab und zu gefilmt aber die kamera ist hinüber wie ärgerlich ich habe zeichnung wenn wir zurück sind zeige ich sie dir du hast zeichnung hängen die am kühlschrank oder was nein aber die sind echt gut kannst kaum erwarten hm da oben lang wo kann ich sagen da geht es nicht weiter ok und alle ok jetzt heißt es wieder vorsichtig an die wand presse bewegt dich du mauerblümchen du das sieht doch gut aus du meinst wohl eher gefährlich ok eignen wir eignen wir uns auf gefährlich gut ist ja 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 alles klar da oben ja ja geht schon und jetzt was für eine weitsicht schnieke bloß nichts runter sparen wäre übel wenn du jetzt nicht triffst das stimmt wohl aber ich treffe ok also noch oben ok ok und hopp batman style mal wieder ja na komm schon na komm schon danke Nathan 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 was oh er ist ich ok alles klar bei dir ja wie sehe ich aus wie 400 millionen scheine na los ja ok ich bin direkt hinter dir ja sally weißt du was ich an ganoven party so mag was denn niemand juckt's wenn du drinnen eine qualmst lang ist's her ja zu lange du kennst doch noch meinen toten bruder oder Victor da hol mich doch der teufel 15 jahre ja schön dass du noch lebst sam mhm ja halten wir in deinem leben indem wir das kreuz holen ok ja was das angeht was was ist damit kommt ich will euch was zeigen schau mal da das ist Averys kreuz sie haben's aus dem lager geholt kurz bevor ihr hier wart sie haben die reihenfolge geändert dafür muss eine menge geld geflossen sein ok wie lange noch bevor die auktion beginnt 10 15 minuten höchstens wir müssten da doch irgendwie rankommen da unten laufen ja auch nur ein paar hundert augenzeugen ok ok aber wir müssten sie nur ablenken wie wie ähm was weiß ich wie das muss doch irgendwie gehen wenn die wachen sehen wie wir an das kreuz wollen was wenn sie uns nicht sehen Leute ihr benehmt euch als werdet ihr noch nie im knast gewesen wenn man ein ding abziehen will wartet man bis das licht ausgeht bis das licht ausgeht ja wo ist denn der sicherungskasten für diesen laden hier lüftungssystem strom das hier da oben wir klettern einfach da raufkappen das licht und schnappen uns das kreuz es gibt sicher einen notstromgenerator also haben wir nur ein paar sekunden bis das licht wieder angeht das heißt wir müssen direkt neben dem kreuz sein wenn das licht ausgeht nur kommen wir auf keinen fall unbemerkt so dicht dran ja nein danke hi wie geht's ihnen ciao hey konzentrier dich ein kellner bemerkt keiner könnte klappen das wird klappen okay gut ich geh zum kontrollraum und stell den strom ab dann bin ich der kellner du bist der beste taschenlieb du gehst nach unten und behält das kreuz im auge okay gib bescheid wenn irgendwas verdächtiges passiert alles klar okay hör zu wir schaffen das bereit? bereit? okay mir nach wir gehen durch den keller Victor man sieht dir die jahre echt nicht an danke liegt bestimmt am weg an leben ehrlich? du glaubst aber auch alles himmel nein hm 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 okay sieht alles sehr nett aus mal hingucken hier konnten wir uns ja eben nicht richtig umsehen ich hoffe wir haben genug zeit um das eben zu machen sieht alles unspektakulär aus ne moment da da leuchtet was ja ein wappen kann sich an dein gürtel hängen sieht aus wie eine wie ein gürtel halter das ist ja aber nicht na gut und zurück zu unserer aufgabe da durch sam was machst du denn hier da drüben sind die zitronenbäume wo wir eben waren da geht es tief runter ich glaube es ja nicht schon jetzt schon wieder ein auch geil ich habe eine tele schnecke gefunden was macht sowas denn hier was machst du unsere fluchtplan überdenken wird ziemlich haarig werden ganz ruhig wir hatten schon brenzligere kuhs ja ich weiß ich will mir nur nicht vorstellen was die mit uns machen falls sie uns erwischen sam wenn es schief läuft sind wir längst tot bevor die uns erwischen beruhigendes argument ja ist hier auch noch einer das wäre ja auch ein bisschen zu übertrieben gewesen oder na gut ja ich komme ja schon besuchtes haus muss ich sagen ja ich freue mich natürlich spielt sie ist das wirklich aus eis sieht so aus na wo sei denn jetzt bist da vorne steht sam da man kann keiner kommt auch noch völlig bleiben ok jetzt verschlossen scheiße die war doch offen und jetzt klingeln auf nein es ist elektronisch wir müssen einen anderen weg finden habt ihr gesehen ich bin dran wirst du das echt machen vor den leuten hier ist doch nur ein kleiner liebstahl wir sollen jetzt die karte aus der hosentasche klauen ok ich hab's noch gar nicht versucht ganz wohl dich jetzt er hatte zweifel ok ok na gut versuchen wir es noch mal die hier brauchen wir noch ok wird schon schiefgehen wir melden uns hände hoch Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. Im Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühl mich hier so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scorch. Mit nem Eiswürfchen. Nicht weglaufen. Hm. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Ähm, Coastline? Shawline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man's auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachgetragen zu sein. Ich wär dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sally. Du, äh, krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Ja. Okay. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Ah, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles am Angebot. Hochzeiten, Neumitzwas und Schwarzmarkt-Auktionen. Aber haben die auch einen DJ? Küche, wo bist du? Küche? Nee, hier ist keine Küche. Küche, bist du hier? Küche? Nein, aber ein Schatz. Okay, für die Küche wär's auch ziemlich eng in der kleinen Nische hier. Küche, huhu. Na gut, jetzt lassen wir's aber. Ne, hier geht's wieder zurück. Wo ist Sam jetzt? Achso, da vorne. Hm. Nett. Okay, da gehen wir auf jeden Fall nicht rein. Toll. Ein Aschenbecher. Den hätte es auch liegen lassen können. Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Hm. Wollen wir eine Weinprobe machen? Äh, schmeckt gut. Schmeckt gut. Okay. Äh, okay. Fässer verschieben. Da oben sind Lüftungsschichten. Hm. Okay, hier. Na bitte. Es wäre der Licht. Und es wurde Licht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Du hast keine. Das geht auch. Hat schon Vorteile, ein Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann. Die Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut das Sally fährt. Lass das Feuerzeug bloß nicht fallen. Sonst gibt es hier ein Raclette. Besser gesagt zwei. Und was habe ich gesagt? Nathan hat kein Feuerzeug. Jedes Mal hat immer jemand anders das Feuerzeug. Entweder das Sally oder jetzt in diesem Fall Sam. Das ist der Zugang hinter den Fässern. Ja, gute Frage. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänger. Ja, vielleicht begnügt sich Alcasa mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Sag Gasse. Okay, jetzt das Fass müssen wir zurückziehen. Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sally. Der kann sich aus allem herausreden. So, jetzt muss das eigentlich gehen. Ne, auch nicht. Nein, du sollst es schieben. Oder ziehen, besser gesagt. Na, macht Spaß, Sam. Nathan bei der Arbeit zuzusehen. Ja, super. So. Kann es mal besser leuchten? Oder gibt einem das Feuerzeug her? Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Ja, da finden wir was zum draufklettern. Das Fass zum Beispiel. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Oh ja, ist auch Schwerstarbeit. So. Okay, dann mal rauf. Na, rauf hat er gesagt. Nicht runter. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Hm, hm. Wir gerne wissen, was die hier erzählen gerade. Leider ist mein Spanisch-Kenntnisse sehr, sehr, sehr begrenzt. Mit Ausnahmen-Paar-Wörtern. Aber das nützt dir nichts. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt denen einen Daumen hoch, hinterlasst ein paar Kommentare. Und wenn ihr keinen Part mehr verpassen wollt, dann klickt auf den Abo-Button. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Facebook folgt würdet. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und falls ihr das Neueste vom Neuen aus der Gaming-Welt erfahren möchtet und euch gerne mit anderen austauscht, dann schaut mal im Forum vom Gamers Palace vorbei. Ihr seid herzlich willkommen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, als auch verlinkt auf der Endcard. Tja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis bald.